Hallo Wild Wings Fans, unser Projekt Gemeinsam Stark geht in eine neue Runde. Also, alle die noch zur Schule gehen, aufgepasst, hier kommen die Details. Hey cool, es hat echt Spaß gemacht mit dir hier ein paar Pucks zu spielen. Es tut einfach wirklich gut, sich zu bewegen. Ja, das finde ich auch. Sich zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Sport ist wichtig, Sport macht Spaß. Das Beste ist, mein Hobby habe ich zum Beruf gemacht. In der Schule war das auch mein Lieblingsfach. Sport war auch mein Lieblingsfach früher immer. Nur das Problem ist, dass man halt in den anderen Fächern meistens dann doch hinsitzen muss und sich konzentrieren sollte. Ja, das stimmt, das kann ich verstehen. Aber was ist denn mit den Pausen oder nach dem Unterricht? Da gibt es leider nicht so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen und abzuschalten. Aber so eine Eishalle wäre eigentlich mega. Ja, das glaube ich. Aber es wird ein bisschen schwer, euch an der Schule eine Eishalle hinzustellen. Aber es muss doch andere Möglichkeiten geben, Bewegung und Sport in den Schulalltag reinzubringen. Hey ihr, geht es euch auch so? Dann überlegt euch etwas, um euren Schulalltag bewegungsreicher und aktiver zu gestalten. Macht euch gemeinsam stark und stellt mit vereinter Kraft etwas Cooles auf die Beine. Wir suchen euch und eure Idee für ein Projekt rund ums Thema Bewegung und Sport. Bewerbt euch als Klasse oder Schülergruppe der 7. Stufe oder höher zusammen mit einem betreuenden Lehrer. Die drei besten Bewerbungen erhalten für die Projektumsetzung vom Unternehmen Karl Storz bis zu 1.500 Euro. Macht euch gemeinsam stark für eure Projektidee. Übrigens, mit eurem Beitrag zum Thema Bewegung und Sport könnt ihr sogar doppelt punkten. Neben der finanziellen Unterstützung für die Umsetzung der Gewinnerprojekte wollen wir auch euer Engagement bei der Projektumsetzung belohnen. Hierfür winkt für eure Klassenkasse bzw. für eure Schülergruppe ein zusätzliches Preisgeld von 500 bis 1.000 Euro. Der Einsatz für die Gemeinschaft lohnt sich also auf jeden Fall. Ihr habt auch keine Lust den ganzen Tag rumzusitzen? Dann überlegt euch, wie ihr mehr Bewegung und Sport in euren Alltag einbauen könnt. Bewerbt euch mit eurer Idee! Ihr seid jetzt gefragt! Bewerbt euch jetzt! Bis zum nächsten Mal!